Willkommen am Zett von Fanta 4! So und komm her. Meister. Wir alle tragen einen kleinen Rucksack mit einer Bürde auf unserem Rücken. Aber alle anderen machen das auch. Fass mich an. Fass mich an. Komm jetzt, komm wir müssen los. Ach Mann, ey, okay. Start. Ich sage, mach mit. Jetzt. Und los. Wenn ihr das einsetzt, dann machen hier alle im Raum mit. Wir feuern dich dann an. Und los. Und los. Und los. Und los. Und los. Bitte Ruhe am Set. Los. Mann, Blas. Mann, Blas. Mann, Blas. Sehr geil. Das war schon die zehnte, die er gefangen hat heute. Eine Ohrfeige ist ja immer ein bisschen mehr Demütigung, als jemanden jetzt aufs Maul zu hauen. Weil wenn du jemand aufs Maul haust, dann... Ja, ja. Eine Ohrfeige ist ja auch so ein bisschen Motivation auch. Ja, eben. So, jetzt geht's erst mal auf die Fresse. Und bleib weg! Okay, wartet! Scheiße! Das tut mir auch so, ich tut mir leid. Thomas schlägt immer am Heftigsten. Der Krieger erwacht, der wurde über Nacht, du kennst ja. Ich bin für meine Motivation selbst verantwortlich. Mahlzeit, Mittagspause. Geh mir weg mit dem Geschwätz. Guten Appetit! Und schmeckt's euch! Ich hab' noch... Ich hab' noch... Ich hab' noch... Ich hab' noch... Und kloppt mir so eine zwischen die Ohren. Ich hab' gedacht... Der Dome ist ein Fritte-Boot. Ist gut. Man sieht dein Gesicht ja nicht. Ich hab' noch... Und... Das ist alles Style. Das ist so geil, Alter. Bye! Alle bereit? Ja. Mal neu! Und los! Wir wollen eine Revolution. Oder eine schnelle Million. Im Moment fehlt die Vision. Doch irgendwas findet sich schon. Und los! Dann wird Geschichte geschrieben. Ja. 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 Ich hab' noch eine Nippel explodiert. Ich hab' noch aufgeregt. Und los! Klingt zuerst wie ein Lied, bei dem es einfach nur los geht und bau! Du kannst es schaffen, wenn du nur richtig Gas gibst. Aber eigentlich Pessiflet ist diese Haltung ja. Weil im Refrain heißt es eben nicht, wir können es schaffen, wenn wir nur wollen, in einer guten Sache, sondern auch einer völlig beliebigen Sache. Eigentlich eine Anklage der Beliebigkeit auf die Motivation. Das finden wir nicht gut. Nee, nee, nee. Finden wir nicht. Und los! Drei, zwei, eins, los! Und los! Und los! Okay, dann schmeiß' einfach das Geld jetzt drauf. Das ist es doch schon. Hat gar nicht weh getan. Und los! Da gibt es Duckface. Eins, zwei, drei! Und die Geschichten geschrieben. Oder man richtig verdient, ja. Immer noch fehlt dir die Sion. Und dann findet sie schon. Los! Los! Great job! Great job, man! Great job! Mal wieder vorhin! Ja? Ja? So, das war's vom Videodreh. Alter, war das geil! Wir sind raus! Ich sag' nur... Und... Los!